Hi, willkommen zurück. Also wir sind bei der nächsten Mission dran. Ich habe es gerade schon mal probiert, aber da habe ich eine Gruppe erwischt, da hat überhaupt nichts funktioniert. Also wie gesagt, lasst die Hüllen fallen. Bedeutet, eliminiere 500 Hüllen in einer 34 plus Zone in der erfolgreichen Mission. Erfolgreich heißt nicht nur Hüllen töten, sondern logischerweise auch auf die Mission achten. Das hat nämlich die Kameraden, die mit mir waren, nicht gemacht. Das war nämlich dann echt bescheuert. Mal mal 34. Was haben wir denn hier jetzt einfachste in Anführungszeichen? Weil ich repariere den Schutzbunker, da muss die Gruppe eigentlich echt gut mitmachen. Ähm, babam, das machen wir auch nicht. Ich würde sagen, einfach bekämpfe den Sturm. Geh jetzt einfach mal rein. Wie gesagt, 500 Hüllen eliminieren. Aber das darf ja eigentlich kein Problem sein. So. Ah, Lobby ist schon voll, das ist schon mal gut. Und wie gesagt, 4 Abonnenten fehlen jetzt noch. Dann kommt die 4. Zahl. Wenn ihr genau wissen wollt, was es damit auf sich hat, einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Ganz simpel. Halt alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl unten dazu. Die Zahl könnt ihr gerne bei Paysafe selber ausprobieren. Aber wie gesagt, dazu ist ja ein extra Video da. Ull, das können wir gerne machen. Den Sturm zu bekämpfen. So, hier ist es mal stumm. Sturm, 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 sturm. Sturm, 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 sturm. Halt alle Herausforderungen jetzt verfügbar. was war definitiv will den atlas auf dem ziel das lager hier mit in der hoffnung nicht zu sterben schon gedacht immer die ersten es ist nicht gerade welche gespawnt das muss halt jetzt erstmal füllenjagd jede hülle die ich mitnehmen kann holen was ist die denn da da macht die Kraft da drinnen man sieht ihn nicht aber man hört ihn er hat echt die Ausfahrt verpasst gut mit Holzbau ist eh nicht mehr nichts drin was man gebrauchen könnte ist ja vorschlag so der atlas ist hier haben wir nur einen atlas einen atlas müssen wir nur verteidigen ok das geht ja noch so 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 da müssen wir wieder die ganze wand entfernen ich sehe gerade ich habe ja gar keine steine mehr dadurch dass das eben alles so in die Hose ging ja ich habe noch mal eine ganz steine aufgrund verballert ne 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 Video von Micky gesehen, da war nämlich auch fort. Aber hier ist alles fit. Und selbst. So, Boden mal noch Salz. Ja, wie gesagt, müssen halt nur die Abonnenten kommen, dann ist das alles kein Ding. Ich mache halt keine Verlosung in dem Sinne, sondern halt einen KSF Code, ob 10, 20, 50, 100 ist halt konstant da. Zumindest mal die Zahlen davon. Zwar nicht alle, aber ein paar. Ich glaube Holz wird hier nicht lange halten, aber habe ich halt jetzt einfach am meisten. Was meinst du mit wie viele? Die Kiste holen wir jetzt anders. Alle 10 Abonnenten halt eine Zahl mehr. Darf sie auch nicht vergessen, ich fahre dann ja auch erst an. Das ist halt einfach so ein kleines Dankeschön, dass ich halt im Prinzip jetzt schon mit ein paar und 30 Abonnenten eigentlich eine schöne Rückmeldung bekommen. Von daher. Bevor ich jetzt sage, ich verlose irgendeinen Skin und schreibt euren Epic Games Tralala in die Kommentare. Ich weiß nicht. Halte ich irgendwie nicht so viel von. Äh, Hort. Dann guck einfach in die Videobeschreibung, da ist die Erklärung unten nochmal im separaten Video drin. Da steht schon wieder der Nächste. Ich dachte schon wieder der Nächste der AFK ist. Ach so, man könnte hier auch mal einen Deckel drauf machen, ne? Ach so, man könnte hier auch mal einen Deckel drauf machen, ne? Oh, okay. Woher kommst du denn? Mensch, Fragen da. So, jetzt wird es eigentlich mal Zeit, dass wir Hüllen kriegen, ey. Sonst muss ich nämlich echt zwei Missionen dafür machen. Ah, okay. Ja, sie ist echt nicht weit weg. Ah, okay. Ja, sie ist echt nicht weit weg. Ah, Sache immer. Für mich gehört Ura eigentlich immer noch zu Koblenz. Ah, ah. Eine unserer Drohnen ist beschädigt. Die Höhen dürfen die Drohne nicht zerstören. Begib dich zur Absturzstelle. Und schonmal Dank für dein Abo. Jetzt hoffe ich, das fällt mir nicht auf den Kopf. Vor allem das hier ist schon wieder so eine komische Lobby, weil bis jetzt ist immer noch kleiner los. Erstmal hier ein bisschen Platz machen. Könntet ihr vielleicht mal hier hinkommen? Sie stürzt ab. Wir müssen die Drohne so gut es geht ausschlachten. Aktiviere die Drohne um anzufangen. So, kommt ihr. Sieht nicht aus als Kelm hier. Ach Gott, das kannst du vergessen allein. Diesmal brauchst du Hilfe. Es wird ziemlich knifflig. Ach Leute. Piepvers Ist eine Magia. Der ist ein Stолет. sollst du genug tr evitar menschlares? Weil sie ausschließen hier. Ich muss sie jetzt gerne für die Mände hinstellen Oh, kann ich mal aus dem Bau-Modus rausgehen? Ich komme nicht mehr aus dem Bau-Modus raus. Hä? Ah, jetzt. Das war knapp. Sehr knapp sogar. Was ist mit ihm? Kuka! Hallo! Spielen! Ich habe keinen Bock. Guten Tag, Sohn. Hast du wieder nichts zu tun? Du schaffst es, Kommandant! Hm. 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 Uh-uh. Hm. 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 Was ist das, was ich hier bin? Der Nächste des Todes 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 Der Nächste des Todes